Hallo zusammen, heute werde ich Reagenzgläser sommerlich füllen und dazu würde ich euch gerne mitnehmen. So, ich habe die Reagenzgläser jetzt schon mal ein bisschen mit Wasser gefüllt. Ich werde hier jetzt noch das Band rummachen, damit es ein bisschen gut zusammenhält und dann werde ich sie mit Blumen füllen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.